Ibogain. Eine halluzinogene Substanz, die wahre Wunder bewirken soll bei der Bekämpfung von verschiedener Alltagsabhängigkeiten, wie zum Beispiel das Rauchen. Und in Deutschland sogar legal? Das und mehr in diesem Video. Iboga ist die Pflanze. Der aktive Wirkstoff ist Ibogain. Ibogain wird schon seit Jahrhunderten bei verschiedenen Urvölkern in Afrika verwendet. Findet aber jetzt auch Einzug in die westliche Welt. Vor allem auch durch das Microdosing von Ibogain und von den verschiedenen Studien, die gemacht wurden, zu Opiumsucht oder allgemein zu Süchten, die wir mit Ibogain bekämpfen können. Und es haben jetzt sogar legale Kliniken aufgemacht, in Mexiko und zum Beispiel Kanada, bei denen Opiumsüchtigen unter Anleitung Ibogain verabreicht wird. Das Spannende bei Iboga ist übrigens, dass es in Deutschland legal ist. Wenn dich das Thema allgemein etwas tiefer interessiert und wenn du mehr dazu nachlesen möchtest, kannst du bei mir auf der Website schauen. Ich habe unten in der Videobeschreibung den entsprechenden Artikel verlinkt. In diesem Video geht es dann jetzt allgemein um Iboga, die Pharmakologie, die Suchtbekämpfung, Microdosing, Legalität und so weiter. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen. Ibogain ist auch ein Tryptamin. Genauso wie Psilocybin, was in Magic Mushrooms steckt, oder auch Dimethyltryptamin, DMT. Ibogain kommt in verschiedenen Pflanzen vor, ist aber besonders bekannt für das Vorkommen in der Tabernate Iboga. Wie andere Halluzinogene spricht, Ibogain besonders den Serotoninrezeptor 5HT2A an, welcher ja besonders mit dem personifizierten Denken in Verbindung gebracht wird. Ibogain hemmt außerdem wie Ketamin verschiedene NDMA-Rezeptoren und hat eine starke Affinität zu Sigma-2-Rezeptoren und ganz ganz vielen Opioid-Rezeptoren. Das sorgt dafür, dass der Nervenwachstumsfaktor, der GDNF, im Gehirn stark erhöht wird, was das Gehirn in eine Art Reparaturmodus bringt. Und die Neuroplastizität, also die Fähigkeit des Gehirns, sich selbst neu zu verkabeln, sich neu zu ändern, wird dadurch stark erhöht. Außerdem wird Ibogain in Noribogain umgewandelt und in der Leber abgelagert. Von dort kann es dann noch wochenlang wirken und wochenlang eine Affinität zu den Opioid-Rezeptoren haben. Verschiedene Patienten, die Iboga in einer vollen Dosierung verwendet haben, berichten davon, dass es eine extrem harte, eine extrem schwere, auch eine sehr körperliche Erfahrung war. Allgemein dürfen wir Iboga hier überhaupt nicht unterschätzen. Es ist ein extremer Rauschzustand, der nicht zu vergleichen ist mit beispielsweise Psilocybin. Es wird aber natürlich auch davon gesprochen, dass Ibogain trotzdem Ähnlichkeiten zu den klassischen Psychedelika hat, auch LSD-ähnliche Zustände auslösen kann. Eine Ibogain-Erfahrung kann in drei Phasen aufgeteilt werden. Die erste Phase ist so diese klassische Trippy-Phase, die wir auch von anderen Psychedeliken kennen. Die geht so vier bis acht Stunden, also es wird schon recht lange. Es soll aber vor allem am Anfang sehr hart und sehr schwierig sein, also viel härter und schwieriger als beispielsweise eine LSD-Erfahrung. In der zweiten Phase, welche dann zwischen fünf und zwanzig Stunden wird, fangen wir langsam an zu reflektieren und gelangen in eine Art Dämmerschlaf, bis wir dann irgendwann ganz leicht in den Schlaf überkleiden. Die dritte Phase ist dann die Nachwirkung. Das stammt davon, wie vorhin bereits beschrieben, dass Ibogain dann umgewandelt wird und noch tagelang wirken kann und zu einer Reststimulierung führen kann. Allgemein ist zu sagen, dass eine volle Dosierung Ibogain nichts für schwache Nerven, aber vor allem auch nichts für den Freizeitgebrauch ist. Das sollte wirklich nur in einem heilerischen Kontext mit professioneller Aufsicht gemacht werden. Es sind auch Tode bekannt von Ibogain, was nochmal bestärken sollte, diese Substanz nicht in einer hohen Dosierung alleine ausprobieren zu wollen, sondern nur mit viel Intention, Verantwortungsbewusstsein und professioneller Begleitung zum Heilen eigener beispielsweise Süchte oder anderer Krankheiten, einzusetzen. Ibogain ist ein echtes Opioid-Wunder, also kann extrem helfen bei Opioid-Abhängigkeiten, wie viele Studien zeigen. Also Opioide sind zum Beispiel Morphin oder Heroin. Diese verschiedenen Studien zeigten selbst 12 Monate nach der Anwendung zwischen 20 und 50% Erfolgsrate, was extrem hoch ist für eine solch intensive Abhängigkeit des Körpers. Der Vorteil bei Ibogain ist, dass Ibogain nicht nur die Software verändert, wie beispielsweise LSD oder Magic Mushrooms, sondern auch die Hardware. Also das, was ich vorhin gesagt habe mit dem GDNF, mit dem Nervenwachstumsfaktor, der dafür sorgt, dass die Hardware im Gehirn einfacher neue Nervenbahnen legen wird. Und das ist der ganz große Vorteil von Ibogain. Außerdem stellt es ein gewisses neurochemisches Gleichgewicht her durch den Sigma-2-Rezeptor und schafft nicht einfach nur für einen kürzfristigen Ersatz, wie zum Beispiel andere Heroin-Ersatzstoffe wie Metallon. In Tierversuchen und verschiedener Berichte von Menschen konnte auch immer wieder festgestellt werden, dass Ibogain nicht nur bei solchen starken Abhängigkeiten, sondern auch bei anderen Krankheiten helfen kann. Beispielsweise bei Alzheimer oder Depressionen. Die Studien haben sich bisher aber vor allem auf die einmalige Anwendung von Ibogain konzentriert. Was jetzt ganz spannend ist, ist, dass Ibogain Microdosing immer beliebter wird und anscheinend auch sehr, sehr viele Vorteile bei verschiedenen Krankheiten und verschiedenen Abhängigkeiten zeigen kann. Ibogain kann wie LSD oder Magic Mushrooms auch mit Microdosing eingenommen werden. Bedeutet in sehr, sehr geringen Mengen, die gerade so von uns wahrnehmbar sind. Der Vorteil dabei ist, dass unser Alltag nicht eingeschränkt wird und wir es praktisch täglich nehmen können und gewisse Vorteile davon ziehen können. Anscheinend soll Ibogain Microdosing besonders dabei helfen, dass wir uns unserer Süchte besser bewusst werden und unserer Verhaltensmuster und soll so besonders geeignet sein für verschiedene Süchte wie zum Beispiel Internetsucht oder eine emotionale Abhängigkeit zu Menschen oder eine Tabaksucht. Der Max vom YouTube-Channel Hyperraum hat dazu auch mal ein Video gemacht, in dem er darüber berichtet, wie er Ibogain Microdosing verwendet hat, um seine Tabakabhängigkeit loszuwerden. In einem Video berichtete er davon. Ja, also ich habe dann vor zweieinhalb Wochen angefangen, täglich eine so eine Kapsel einzunehmen und habe bei der ersten Kapsel, die ich eingenommen habe, auch definitiv gemerkt, dass da eine Wirkung kam. Also ich habe mich ein bisschen wacher gefühlt, ich habe mich etwas angeregt gefühlt. Dann wurde es aber extrem spannend für mich und zwar die nächsten zwei, drei Tage habe ich weiterhin diese Kapseln eingenommen und habe gemerkt, dass mir auf einmal meine Verhaltens- und Gedankenmuster bewusster geworden sind und ich konnte das ja ganz klar sehen, wie sich meine eigene Persönlichkeit und mein eigener Zustand eigentlich aus diesen Mustern zusammensetzt und dadurch, dass ich das bewusster sehen konnte und wahrnehmen konnte, war ich in der Lage, zum Teil anders zu handeln. Dann habe ich gemerkt, nach zwei, drei Tagen Ibogain Microdosing, dass ich auf einmal weniger Lust auf das Nikotin hatte und weniger Lust auf die E-Cigarette und ich habe einfach ganz automatisch, ohne groß darüber nachzudenken, habe ich weniger diese E-Cigarette in die Hand genommen. Wichtig zu verstehen ist, dass Ibogain, egal ob Microdosing oder volle Dosierung, kein Wundermittel ist. Das Wichtigste, wie bei ganz vielen anderen Halluzinogenen ist die Intention. Wir können nicht einfach Ibogain Microdosing machen und denken, ha, dann kann ich endlich mal aufhören zu rauchen. Nein, wir müssen uns davor schon ganz, ganz stark vornehmen, ich möchte unbedingt damit aufhören. Ich möchte alles dafür tun, damit ich aufhören kann, mit welcher Abhängigkeit auch immer. Wenn wir das dann kombinieren mit Ibogain Microdosing, dann kann es was sehr, sehr heilsam ist sein. In vielen Ländern ist Ibogain illegal, die Pflanze aber, zum Beispiel Tabernate Iboga, legal. Das ist wie bei Mescalin und San Pedro, da ist es ähnlich. In verschiedenen Ländern ist Ibogain aber illegal, zum Beispiel in der USA oder in der Schweiz. In Deutschland hingegen ist Ibogain nicht im Betäubungsmittelschutzgesetz aufgeführt und deshalb nicht reguliert. Es darf nur nicht als Arzneimittel verwendet werden. Der Kauf von Ibogain, beispielsweise über verschiedene Online-Shops in Deutschland, ist legal. Ibogain wird immer beliebter, vor allem auch, weil die Studienlage es stark unterstützt und zeigt, wie effektiv es sein kann, gegen zum Beispiel eine Heroinabhängigkeit oder anderen Abhängigkeiten. Besonders spannend bei Ibogain ist diese Kombination aus der Hardwareveränderung, also der Erhöhung der Neuroplastizität und des Nervenwachstumsfaktors GDNF, und der Software, also die Persönlichkeitsänderung, das Erkennen, dass Rauchen scheiße ist. Und diese Kombination macht es so besonders effektiv. Und das Spannende ist natürlich auch, dass es jetzt durch Microdosing eine gewisse Alltagstauglichkeit erreichen kann und in Deutschland legal ist, was super spannend ist. Allerdings muss gesagt sein, dass Ibogain in höheren Dosierungen sehr gefährlich werden kann und nur unter ärztlicher Aufsicht konsumiert werden sollte. Wenn du mehr wissen möchtest zu Ibogain, zu Ibogain Microdosing und zur Beschaffung von Ibogain, dann schau jetzt in meinen Artikel unten. Ich habe ihn dir gleich unten verlinkt. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir gerne zwei Daumen nach oben da und abonniere den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Und ich sehe dich dann im nächsten Video. Ciao! Bis zum nächsten Mal.